Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, ich hoffe euch ein geht's gut, ihr seid alle bisher schon gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei knapp 20.900 US-Dollar. Leichte Aufwärtsbewegung ist noch im Takt, ob die weiter anhält oder ob wir wieder tiefere Kurse sehen, das schauen wir uns im heutigen Video an. Außerdem gehen wir nochmal auf einen möglichen Boden bei Bitcoin an. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr Bock habt, unten einen Kommentar unten reinlassen. Und dann schauen wir uns auch eure Altcoin-Wünsche an, jetzt so nach und nach in der Woche. Heute Chainlink wurde sich gewünscht, deswegen schauen wir uns später noch Chainlink an. Ansonsten einfach unten gerne in die Kommentare reinschreiben und dann schauen wir uns eins nach dem anderen die Woche über an. Ja, bevor wir starten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 20.900 US-Dollar. Wir bilden hier auf dem 4-Stunden-Chart, sieht man ganz gut, ein mögliches Rising-Vedge. Geht einher mit dem abfallenden Volumen, worüber wir gestern schon mal drüber gesprochen haben. Plus auf den kleineren Timeframes haben wir immer noch diese kleine Bearish Divergence. Und die schauen wir uns mal ganz kurz an. Auf dem 1-Stunden-Chart sieht man hier, ist ganz gut, tiefere Tiefs im RSI, höhere Hochs im Chart. Plus wir kommen jetzt bei Bitcoin langsam in einen extremeren Widerstandsbereich, kann man so eigentlich sagen. Weil wir über uns den 200er SMA und den 200er EMA haben auf dem 1-Stunden-Chart. Plus darüber noch eine kleine 1-Stunden-Supply-Zone. Das heißt, wir kommen jetzt in einen größeren Widerstandsbereich. Plus das abfallende Volumen ist kein gutes Zeichen. Plus da haben wir auch noch dieses Rising-Redge, was jetzt dann erst einmal für eine kleinere Korrektur im Laufe des heutigen Tages spricht. Nicht vergessen, die US-Märkte machen heute wieder auf, nachdem gestern Feiertag war. Plus, was mir auch noch aufgefallen ist, wir haben hier, wenn wir das Fit-Level noch dazulegen, auch schon eine Reaktion am Golden Pocket gesehen. Heißt, möglicher Short-Einstieg wäre in diesem Bereich mit einem Stop-Loss über unsere 1-Stunden-Supply-Zone. Und dann das technische Preis, die sollten wir dann hier unten rausbrechen, wäre in der Region zwischen 17.700 und ungefähr 18.000 US-Dollar. Weil hier unten dann die nächste Liquidität liegt. Plus wir haben hier auch noch so ein kleines Void, was dann aufgefüllt werden würde. Dies würde uns wiederum dann wiederum zu einem kleinen doppelten Boden führen, der dann uns ein kleines Breakout, sag ich mal, in den Bereich der 24.000, 25.000 US-Dollar bringen könnte. Das wäre jetzt so mal das Bullish-Szenario. Trotzdem gehe ich weiterhin nicht davon aus, dass wir jetzt hier endgültig diesen Boden erreicht haben. Warum nicht? Wir haben einfach bisher so viele Voids gefüllt nach unten hin. Warum sollten wir dann auch nicht noch dieses hier unten bei 11.000 bis 12.000 US-Dollar füllen? Das ist aber wirklich hier das Worst-Case-Szenario. Ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt innerhalb dieser Woche da schon hingehen. Trotzdem, so nach dieser kleinen Relief-Rallye, die wir noch erleben könnten in dem Bereich der 24.000, 25.000 US-Dollar, über die wir ja schon die letzten Tage immer mal wieder darüber geredet haben, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass wir zwischen 11.000 und 12.000 hier unseren potenziellen Boden dann irgendwann mal finden sollten. Das ist der Grund, warum ich jetzt nicht weiter BTC akkumuliere, abgesehen von den Sparplänen, die laufen natürlich weiter. Aber größere Positionen werde ich jetzt momentan noch nicht dazu kaufen. Erst einmal abwarten, wie sich hier, sag ich mal, dieser Bereich hier noch ergibt. Klar, wir müssen dazu sagen, wir haben hier heftigen Support bei ungefähr 17.500, einerseits durch das 0786er durch den Monats S2, plus wir haben das ehemalige Void gefüllt, plus noch eine Daily Demand. Also hier ist schon eine Menge, Menge Support. Trotzdem dürfen wir hier nicht zu übermütig werden und schon davon ausgehen, dass wir jetzt endgültig den Boden erreicht haben. Kurzfristig würde ich sagen, okay, ja, wir könnten jetzt auf jeden Fall noch, wie wir es gerade angesprochen haben, kurzen, sag ich mal, Short Entry kriegen, dass wir hier zumindest nochmal in den Bereich zwischen 17.500 und 18.000 US-Dollar nochmal reinkommen. Einfach um das Void zu füllen, um die Liquidität zu holen. Doppelter Boden. Und dann hätten wir auch ein Preisziel von ungefähr 24.000, 25.000 US-Dollar für diese kleine Relief Rally, um einfach nochmal wieder ein bisschen Bullishness reinzubringen, bevor wir dann möglicherweise wirklich nochmal eine deutliche Korrektur nach unten hinsehen. Aber gut, das ist alles momentan Prognose. Ich möchte es nicht vom Worst Case hier ausgehen, aber ich möchte es euch einfach aufzeigen, dass die Möglichkeit weiterhin besteht und ihr jetzt nicht einfach wieder zu Bullish werden solltet, sollten wir jetzt hier in den nächsten Tagen wirklich nochmal in diesem Bereich nach oben hin durchbrechen. Auf jeden Fall, ihr kennt jetzt eher momentan ein bisschen short gerichtet, mehr Widerstände als Support Zone plus dieses abfallende Volumen plus die US-Märkte machen und wieder auf nach den Feiertagen müssen wir dann auf jeden Fall auch mal ein bisschen eindeutiger angucken. So, dann schauen wir uns Chainlink an. Auch hier schon ein bisschen eingezeichnet bzw. mehr ein bisschen gekritzelt. Erste Support Zone haben wir hier weiter unten. Auch hier sehen wir deutlichen Anstieg auch im RSI plus abfallendes Volumen. Auch kein gutes Zeichen. Auch hier eher, ich sage jetzt mal, auch so ein kleines Rising Reg, je nachdem, wobei das auch so ein bisschen als gammlicher Abtrend durchgeht. Also je nachdem, eher so ein Abtrend mit fallendem Volumen. Kein gutes Zeichen. Jetzt gehen wir mal in den 1-Stunden-Chart, ob wir auch hier eine Bearish Divergence sehen. Auch hier höheres hoch im RSI, tieferes Tief im RSI. Sorry für ein bisschen früh noch heute Morgen. Aber gut, ist auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Wir haben ja vor einer Woche schon mal hier drüber gesprochen, über dieses Rising Broadening Reg, wo dann nach unten hin ausgebrochen ist. Preisziel perfekt hier erwischt. Weiß nicht, wer das noch mitgenommen hat. Ansonsten momentan, klar, wir befinden uns hier in einem Abtrend, der mir aber ehrlich gesagt einfach nicht gefällt. Auch hier dieses schwache Volumen ist kein gutes Zeichen für einen Abtrend. Wir möchten in einem Abtrend stärker erleben. Das heißt, höhere Hochs gehen mit höherem Kaufinteresse einher. Das sehen wir hier nicht. Das heißt, sobald dieser Abtrend bricht, könnte die erste Zone hier unten wieder bei ungefähr 6,34 Dollar erreicht werden, bevor wir hier dann entweder ein bisschen konsolidieren oder sogar noch eine Etappe tiefer gehen, hier in den Bereich der 5,50 bis 5,70 Dollar. Sieht auf jeden Fall momentan nicht gut aus. Schauen wir uns Ethereum auch noch gleich dazu an. Auch hier mal FIP gelegt, beziehungsweise aber eher nach unten gelegt, einfach um die Support Zone zu erkennen, weil auch hier, kurz in den 1-Stunden-Shut mal zu gucken, wir sind auch hier am 200. SMA, wir sind am 200. EMA. Wir haben die Bearish Divergence. Und wenn es jetzt richtig bescheiden läuft, sage ich mal, kriegen wir hier noch ein drittes hoch. Das heißt, ein Triple Bearish Divergence mit fallendem Volumen. Kein gutes Zeichen. Auch hier ein möglicher Short-Entry dann in nächster Zeit. Zumindest in dem Bereich, sage ich mal, um die 980 bis 970 US-Dollar. Das wäre so der nächste Short-Entry, beziehungsweise Short-Take-Profit erst einmal, einfach weil hier viel, viel Support dann einhergeht. Müssen wir mal im Auge behalten. Trotzdem momentan wirklich die Märkte eher ein bisschen short-orientiert. Einfach aufgrund des abfallenden Volumens plus den Bearish Divergence, die wir auf den kleineren Timeframes vorfinden. Gut, Cardano. Hier muss man ehrlich sagen, auf den kleineren Timeframes, ehrlich gesagt, auch kein gutes Zeichen. Wir hatten zwar hier eine Bullish Divergence, die ausgespielt hat nach oben und wir auch unseren Move nach oben hin bekommen haben von ungefähr 20%. Erst einmal gut ausgespielt. Was man jetzt noch dazu sagen muss, vor allem auf dem Daily-Chart, wir haben auch hier auf dem Daily noch eine Bullish Divergence, die natürlich auch schon mit 20% ausgespielt hat. Trotzdem gefällt mir auch hier ehrlich gesagt der Move überhaupt nicht. Also ich glaube auch hier sehen wir eher noch einmal ein tieferes Tief. Einfach einhergehend auch mit diesem Wig, den wir hier noch vom, wann war es denn, 11. oder 12. Mai hatten. Deswegen auch hier tiefere Tiefs möglich. Ich sage jetzt auch mal hier 0,37 ist nicht ausgeschlossen. Würde dann wahrscheinlich eine neue Bullish Divergence auslösen, bevor wir dann hier einen möglichen Boden erst einmal sehen. Aber gut, das müssen wir sehen. Auf dem Daily wäre ich damit immer ein bisschen vorsichtig. Die kleineren Timeframes sind da ein bisschen interessanter momentan bei den Altcoins mit einer Bullish Divergence. Ansonsten, ganzer Altcoin-Markt grün. Ihr seht alles wirklich hier grün. Bitcoin-Dominance zieht wieder etwas an. Wir sind hier mittlerweile bei 44%. Also auch hier, nachdem wir den Boden bei 43, 63 ungefähr gesehen haben, erste kleinere Korrekturen nach oben hin wieder. Also auch kleinere Rally. Aber ich würde das nicht zu bullish sehen momentan. Also ich bin momentan eher noch ein bisschen bearish, vor allem auf den kleineren Timeframes. Sehen wir einfach, dass Korrekturpotenzial noch da ist. Sogar bis 11.000, 12.000. Aber auch diese kleine Relief-Rally bis 24.000, 25.000 wäre zuerst sinnvoll, bevor wir dann die nächste Korrektur sehen. Gut, genug gequatscht heute. Ich habe heute einen Druck drauf, sage ich mal. Unnormal. Kurz zu den News. Doge ist diese Kryptowährung unterstützt von Elon Musk. Wirklich ein gutes Investment. Streiten sich die Geister. Einerseits, das lässt sich über Radiowellen mittlerweile versenden. Gutes Zeichen. Ich weiß nicht mehr, ob es überhaupt noch so eine wirkliche Spaß-Kryptowährung ist. Wie es hier im Artikel steht, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin auch mit dem Begriff Shitcoin einerseits ein bisschen vorsichtig geworden. Aber gut, lest euch den Artikel gerne durch. Link schicke ich euch später noch in die Telekom-Gruppe. Aber ansonsten wünsche ich euch einen schönen Dienstagmorgen. Heute werden die, wer es noch nicht gesehen hat, PrimeXPT Copy Trading. Könnt ihr euch gerne noch das Video angucken. Heute werden die Codes verlost. Also ihr habt noch bis heute Abend ungefähr Zeit, Kommentar unten drunter zu schreiben, euch anzumelden. Und dann werden die Codes verlost. Gut, soviel dazu. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Glotzt nicht zu viel auf die Charts. Lasst euch nicht von steigenden Kursen beeinflussen. Ansonsten schönen Tag. Wir hören uns morgen Nachmittag wieder. Stay Crypto. Ciao, ciao.